Ich spiele im zentralen Mittelfeld, vor allem offensiv, aber ich fühle mich im Zentrum allgemein wohl. Ich habe in der Jugend eigentlich fast alles mal gespielt, aber jetzt seit mehreren Jahren schon als Innenverteidiger. Ich spiele im zentralen Mittelfeld oder als Außenverteidiger und beide Positionen gefallen mir sehr gut. Die Nominierung habe ich kurz vor Weihnachten bekommen. Ja, das war der Samstag vor Abfahrt, relativ kurzfristig, aber hat noch alles hingehauen. Das war sehr kurzfristig, das war am Abfahrtag, also hatte ich nicht viel Zeit, aber konnte noch alle meine Sachen packen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich gerade in der Vorlesung in der Uni. Ich studiere jetzt seit diesem Jahr Geografie. Ja, da wäre ich vermutlich in der Uni. Ich studiere momentan Sport und WIPO auf Lehramt. Ansonsten wäre ich vermutlich in der Uni. Ich studiere BWL. Ja, super Wetter. Gestern war es ein bisschen diesig, aber heute schon viel besser. Super Bedingungen und einfach schön hier zu sein. Wir haben vor allem sehr gutes Wetter im Gegensatz zu Deutschland und hier super Bedingungen und von hier kann man viel mitnehmen, denke ich. Ja, La Manga ist ein toller Ort. Das Wetter ist super. Die Bedingungen sind top und es bringt Spaß, hier zu sein. Bisher habe ich einen ganz positiven Eindruck, bin von den Jungs super aufgenommen worden. Auf dem Trainingsplatz macht immer viel Spaß. Es läuft bisher ganz ordentlich, wurde gut aufgenommen. Viele Jungs kenne ich ja schon und es ist eine super Sache hier. Es läuft sehr gut. Die meisten von den Jungs kenne ich ja bereits und es macht Spaß, mit denen zu trainieren. Ich grüße euch natürlich alle, aber besonders du ist alt. Ich hoffe, dir geht es gut in der Schule und du überstehst die Tage. Ich grüße meine Mannschaft, die U23. Liebe Grüße nach Kiel und alles Gute nochmal nachträglich an Flo Feuth, unseren Kapitän. Ich grüße die ganze Mannschaft U23. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter auch in Kiel, so wie wir hier und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.